Das Alfred-Hoyosch-National-Schwimmstadion ist ein Wassersportkomplex auf der Margareteninsel. Es wurde von Alfred-Hoyosch, dem ersten Olympischen Meister des ungarischen Sports, entworfen und hatte im Jahre 1930 das grösste Hallenbad in Aiofa. Die Anlage verfügt über vier Stockwerke und acht Pools, darunter Trainingsbecken, ein Sprungbecken und Schwimmbecken für beide kurzer Kurs und langer Kurs. Es war Gastgeber für viele Europameisterschaften und im Jahr 2017 war es ein Hauptstandort der Wasserwertmeisterschaft in Ungarn.